Da sind wir schon wieder Heiho Geht schon wieder weiter Jetzt haben wir unsere Handlung gesteckt Ich bin so kleinlaut auf einmal, ja? Unglaublich Für das, dass du eigentlich das große Goldschat bist Wenn ich es auf den Sack kriege, bin ich immer kleinlaut Ja, das kriege ich Aber sobald es mir wieder ein bisschen geht, dann geht es schon wieder ab Wo stehen die jetzt auf? Wann? Merkern Uh, das ist geil Plus 2,5 Marktanteil Also Merkern-Teilismus Das wollte ich nicht aussprechen Das ist so kompliziert Jetzt mache ich fast einen Gulden In dem Hafen Bis die Feuer da sind Ein bisschen weniger Ein bisschen weniger Ist ein Gulden Hier steigt es immer weiter Ah Jetzt sind gerade meine Truppen zusammen Das heißt, bei dir steigt es immer weiter Was heißt das, wie viel Ich bin bei 1,75 Äh Ja, 1,75 Oh, okay Wie viele Händler hast du? Vorweg machen 4 4? Okay Ja Auch Beste Verteidigung Nimm ein Torch Tadamtadamtadamtadamtadamtadamtadadamtadadamtadadaa Ne drei, sich zu drei, 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 sechs gemacht insgesamt durch den Handel Ich habe noch nicht ein bisschen fertig gemacht von mir Eine, keine Gnade Ich bin da eigentlich dabei da haben wir ja noch ein tausender steigst du drauf ja ich trage jetzt ihr müsst es schaffen ihr seid es mir alle stärker gleich verfolgen will ich ja ich mach die schon das ist ja du ja oh ja jetzt ist es nicht um mich gemessen will er dein Land da wieder zurück ja genau ja eine gescheite Idee gell so soll er eigentlich einen aufdrucken lassen oder ja keine Schulden ich habe noch weniger Teilen als andere ja den gleichen was ich habe ja nur meine dauert lang ja meine auch ich habe Zeit aber warte mal was kriegst du dafür eigentlich gleich nochmal ich habe es wieder vergessen Belohnung Handels effizient plus 10% Zinsen minus 1% das ist ja unlogisch dann habe ich ja keine Schulden mehr aber warum Zinsen minus 1% das ist ja unlogisch dann habe ich ja keine Schulden mehr ja da auf der Modifikator ist ich glaube der bleibt ja nein bis äh 1573 10 Jahre vielleicht haben wir wieder so einen Anspruch von Krieg ja die ruft man nicht eigentlich hallo und kommt schon wieder einer auf die Idee so Korea hat Aristokarten und Einflussidee als nächstes muss ich die Einflussidee leveln ich muss noch einmal jetzt muss ich auf meinen Handel nochmal genau schauen 33% verdiene ich da unten und da drin bleibt aber einfach nichts das ist so geil und und der nächsten Drohnen und Werther sehr gut wo stellen wir diesmal auf Inkara ja ok da bin ich auch gleich in der Nähe aber warte mal wenn ich na wenn ich den bei der Leiter es bringt nichts zu schwächen wie wären es 10.000 Drohnen und Werther sehr gut ausgezeichnet naja die geben wir auch noch Embargo das ist ja da noch nervig dazu so meine 9.000 Mann ihr habt euch echt wacker gehalten wo stehen wir den Wurschenzen auf wo ist denn das da oben ja was ist da oben ah ja auf deiner komischen Insel da bei den ächer eroberten Ländern ah bei den ächer eroberten Ländern echt phara die rassier mich die rassier mich gut die rassier mich gut ja ich sieg's erzähl ich mal ein bissl was das hier doch 60 Militärische Macht Choreas Meinung über Järm hat sich um 20 geändert oder zwei Magdalen Magdales ja meine Meinung brauchst du nicht so oft ändern äh der Kopf muss ab oder 12 Drohnen und Rebellen in Udi jeder Zander juhuuu Kopf muss ab ok aber wir haben ja die rassier schon wieder nach vorne da kein Problem von dem her ist es schnell wenigstens steigen die nicht wieder in der Zahl die kannst du wenigstens leichter bekämpfen ja ja ich glaube ich habe teilweise viele Lacks oder irgendwie sowas irgendwie hat es teilweise viele Übersetzungsfehler da muss ich dreimal gleichzeitig hintereinander drücken bis es tut was ich will warum geht der immer noch vor da an keine Ahnung willst du da irgendeinen Grund geben dafür ist da eine Festung ja wow Zinsen erhöhen ah Zinsen zurückzahlen jawohl dann den verlängern äh verlängern verlängern also sind sie noch 6-3 ja ich bin schon wieder auf dem Weg ich komme schon wieder mit 6-6 her ja wo geht es denn noch Truppen auf deinem Gebiet da haben sie meine Truppen gar nicht erholen war das früher nicht so dass du dann drückzug auch gleich angefangen hast zum erholen du kannst da drin stehen bleiben dann machst du Minus auf sie ja nicht Petronowater ja doch auch wenn du im Land schon drin stehst schon bringt sie bloß nicht so früh wie bei anderen ihr wart eine tapfere Truppe du stirbst tapfer Vier König und Vaterland bei unter 4 hast du es gekriegt danke verlängern bei 6 hey schlucks wo du musst es bloß zweimal schlagen vergiss das nicht du musst es bloß zweimal schlagen ja mein Power hast du ja dafür genug wir werden nicht weichen wir werden nicht weichen wir werden nicht weichen wow du regenerierst die orange schnell voll ja ja ich habe ein Zusatzfeature vorher bekommen dass meine Armin-Truppen ah ja regenerieren ja ich wollte schon fragen ob du nicht ich weiß nicht ob du nicht ein Ding hast einen Berater weiss denn 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 flottentradition ja interessiert mich einen Scheißdreck ganz ehrlich ja flottentradition ist wichtig das ist nicht unterschätzen mit einer vielmann starken flotte ja mit einer vielmann starken flotte vielmann starken flotte ja ich habe ja so viel Entschuldigung hat sich ein nächstes lang geschnappt ok was sind Partikulare Partikulare Partikularisten ich weiß ja Ming hat da wo 33.000 im Land stehen das sind so große keine Ahnung die haben so ein Bappen das was außen rum nur Pfeile hat interessant das ist vielleicht der Blond na das sind nämlich Autaia nein das sind Ming Partikulare 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 Partikularisten wie das Wort ja das ist ein bisschen komisch zum aussprechen vor allem 33.000 Leute und der General hat auch einiges auf dem Kasten von denen vor allem das sind so viele die sterben sogar auf dem Land ja dann lasst sie sterben das ist wahrscheinlich der der Sinn und Zweck vom ah der Ungerwärter 10. Ausreden Fuhrdahn naja da früchte ich jedes Mal die machen wir mal auf dem Weg huch dann weißt du gar das Land ausreden ich brauche nicht mal schauen Fuhrdahn ja ich habe keine Ahnung wo das ist es ist gleich rechts von deinem Land das erste ah das ist da unten wo das ist das ist wie schön das ist dass niemand da ist dass ich Fuhrdahn heiß Fuhrdahn ja 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 er ist ja gut Ich hab mich nicht eingestellt, weil ich weiß nicht, ob sie die Feuer nicht schon erheben, bevor ich okay drauf bin. Ich bin schon da. Ja, das sind vielleicht 10.000 Klassen. Ja. Brauchen wir zu werden. Ja, du brauchst jetzt zwei Länder. Aber es wäre gescheiter, wenn ich das nicht der... ...Grunde Partei bin. Warum? Ich bin ein bisschen General wie du. War ja nur so, ist ja nur so eine Überlegung. Oh, du warst langsam. Oh, du warst schnell genug. Aber dein General ist der Führer, glaube ich, oder? Ja. Er ist der Schlachtführende. Super, jetzt stehen die da oben. Jetzt sind sie aufwegmarschiert. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wo die... Ah, da oben. Der Schlachtführende. Das heißt, was mir ganz gewaltig auf den Arsch geht. dass mir Japan ein Embargo aufgetocht hat, das nervt voll ich gar nicht. Ah, die nerven, weil die wollen, wenn die von Rund zu Rund die ganze Zeit hin und her. Cool. Das ist ganz komplett besiegt hast. Ja gut, das geht ja gut so lange schnell. Ja, verlängert. 7 in Jagd, ja, 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 ja. Ja, die sind da oben, bitte. Ich weiß meine Länder mittlerweile schon auswendig. Weil die stehen so oft auf, bin ich alles schon gewohnt. Ja, heute nehmen wir. Was? Wie sind es denn? 7.000, hab ich gedacht. Ich wünsche viel Spaß dabei. Ah, 3 Talents wieder zurückzuholen, ah, 4 Talents wieder zurückzuholen, äh, 4 Talents wieder verlängern. Warum haben die alle so eine hohe... Ich dürfe dann eigentlich keine Unruhung haben, Alter. Ich versteh das nicht, warum da so viel aufsteht. So, hallo! Komm, steht's auf! So, wohin wird geflüchtet? Äh, im Mergen, jawohl. Richtig. Äh, unsere Hände schneiden schlecht ab. Wenn wir jetzt mitten ins Land reinnehmen, dann bin ich besser reichbar auf ihrer Position. Herzlich noch Planer. Juhu. Ah. Produktions-Effizienten minus 10 erhaltene Inflation. Inflation. Es ist Zeigstärke zu bewiesen. 8000 im Yu-Gasam. Ganz oben, okay. Oder? Ah, ja, sicher, passt schon. Yu-Gasam, hab ich mir gesagt. Der Hauptstadt noch dazu. Nein, hier ist halt sehr mutig. Ach. Äh. Wie höh? 8000. Mhm, kein Kloppern. Ich kann da nicht zurückzahlen. Jetzt. Kann ich dir zurückzahlen? Ja, vor Längen. Yay, nur noch 19, Daniels. Na, ist ja doch noch recht spannend. Man sieht mich in der Welt herumreisen und die Rebellen noch drei auslützen. Ich glaube, du machst mehr als ich. Ich glaube, ich wüsste, woher ich komme. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn du irgendwas getriggert hast, was nicht so cool ist. Eigentlich nicht. Ja, anscheinend schon. Wow, in der Hauptstadt kriegst du gleich minus 2 Terrell. Ja. Deine Leid oder ihre Leid? Ihre Leid. Ja. Wo geht's hin? Noch Kuro, oder? Jawohl, Feuer. Oh ja. Ja, was kriegt man denn da, wenn wir jetzt aufsteigen? Total Monarchie. Ja. Gut, die wandern weiter, gell? Uh. Il Halal. Er wird mir fleißig unterwegs. Ja. Ja. Lebensaufgabe. Verfolgen von Rebellen. Ach, wo gehen wir jetzt hier? Ah, jetzt sieht's wieder aus. Ja. 100 Anna-122-Karten verlieren oder ignorieren. Ignorieren wir's. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, wo? 242-Karten, naja. Ich denke mal, die ganze Zeit bei Frankreich waren wir die 24-Karten und waren mir sowas von scheißegal. Ja. Ja, ja. Verändern sich die Zeiten, ja. Ja, so. Ja, so schaut's aus. Wir... ...klappen uns... ...billen Gegend hier rum. Hört witzig. Macht Spaß. Gibt's Schlimmeres auf der Welt. Halt ich mal sagen, oder? Ja. Jetzt mach's weiter. Ah, Daniel verlängern. Jawohl. Daniel verlängern. Jawohl. Daniel verlängern. Jawohl. Daniel verlängern. Jawohl. Hast, äh... ...herhold aus Korea ein Geschenk halt? Hast du schon wieder bisschen Plus, oder wie? Ich hab meine Schulden fertig. Tak, danke. Und hab nebenbei nur 6 und 8 Kulen da geschenkt gekriegt. Ah, Daniel verlängern. Ah, Daniel verlängern. Zurückzahlen. Jawohl. Zurückzahlen. Jawohl. Ja. Aber Daniel ist gleich... Ah, 7000, ich jagt dich. Ich hab ja grad ausgequattet. Na wurscht. Gute noch mal. Ah, gleich ist ein paar Daniel weniger. Geil. Reiß dich häufig wahrscheinlich auf, ja. Bis lochen, ja. Ich mach jetzt 4,59 plus. Gut. Weil die Zinsen fristen mich. Ich habe vorher als 6 irgendwas Zinsen gemacht, jetzt waren wir nur noch 4,71. Ja, die Zinsen haben ja ziemlich am Anfang, umso weniger Schulden es waren, umso schneller es gegangen. Ja, ja. Deswegen die letzten 2, die waren eigentlich easy-cheese ganz schnell mehr gemacht. Aber es war glaube ich keine schlechte Idee, dass man 9000 Truppen einmal kalt. Ja, ich habe meine komplett verkauft, dadurch dass ich keine Aufstände schon gehabt habe. Ja, super, 7000, die jagt mich gleich nochmal, weil ich bin ja gar nicht mehr fertig geworden. Ey, bitte, geht's mich auf den Sack. Ich bin wieder offen. Jetzt bin ich halt am Armin aufbauen, ganz langsam wieder. 7000 Drohner werden da kommen, ok. Ein bisschen Zeit zum Regenerieren. Ich habe nicht mal die Zeit, dass ich meine Diplomaten ein bisschen wieder arbeiten lassen kann, weil ich die ganze Zeit auf mich lernen schauen muss. Das ist echt bitter. Ja, das ist so nervig. Na, aufstehen. Was hast du denn jetzt mittlerweile? 9000 in Girgar, ok. Jetzt kommen sie aber schnell. Die Schwammer. Wo in? Girgar. Ja. Wo ist denn das? Ganz oben. Ja. Links ganz oben. Letzte Landworte, ja. Äh, Schara Sigi und Baugusin Sigi. Ja, über Baugusin ist das noch. Ja. Na, kommunizieren. Warte mal, warum die noch mal zufrieden sind. Die sind von mir. Die haben die Kultur. Die Autonomie. Die sind ja alle reingenommen. Ja. Ja. Uriat. Ernsthaft. Ja. Ernsthaft. Ja. Geiler Schatz. Machen wir jetzt gar nichts anderes. Checker zeigen. Komm. Fricht es aus da oben. Macht sich das. Ich bin jetzt jung. Ha. Mongolei kommt ja. Ah na. Die Mongolei greift Uriat da. Na na. Ernsthaft. Du bist. Den kriegst du in der Hauptpartei. Ah, sie wollen Udine. Udine, wo ist denn das? Ude, da oben. Aber ich hilft die Mongolen. Mit ihren 8000 Leuten. Ich hoffe, ich schaff's noch. Na, wenn wir nicht schaffen. Ja, keine Chance. Schaff's nicht. Ja, aber ich marschiere dann gleich mal auf die Mongolei. Ja, bei. Wir müssen unsere Kräfte bündeln. Wir müssen sie zusammen hinstellen. Ja, ich muss da Kriegsteuer erheben. Ah ja. Wäre keine schlechte Idee. Kriegsteuer erheben. Alles klar. Verdienst wenigstens Kohle dadurch, dass du nichts wirst. Ja, sie kämen runter. Ja, warte. Ich komme, ich komme, ich komme. 13.000. Ich bin schon unterwegs. Boah, das ist schnell. Passt. Alter. Halt, Ming will Meditärzugang bei mir. Ja, auch Gewehren. Habe ich auch. Habe ich auch. Habe ich auch. Habe ich auch. Nicht, dass wir den wegkriegen, oder will? Ja, tatsächlich. Nein. Hahahaha. Hahahaha. Du fucht dann immer schön bei Ihnen. Ah, ich habe ja die Drohnerwerte aufstellen lassen. Verdammte Scheiße. Hahahaha. Ming greift Oriath an. Nimm so viel mit wie geht's. Deswegen wollen die Militärzugang bei ihnen. Warum bei mir? Ich bin ja über jener. Ja, weil da wird jetzt ja auch nur Einheiten und Länder gerade eignommen werden von einer. Und jetzt kommt Ming aufgegriffen. Ich glaube Ming hat nur auf so'n Ding gewartet, so wie das ausschaut halt. Ja. Aber ich werd mich um die 9.000 drüber zu Feuer füllen. Ja. Ich glaub ich bin für die jetzt nicht mehr so interessant. Äh, 26, 22, ja. Und da kommen noch mal 18.000 von Ming. Ich seh da 6.000 Truppen von Ming gerade in Oriath einmarschieren. Geben sie jetzt ein bissel auch? Ja gut, die beste Möglichkeit. Nein, hättest du es nicht kriegen können. Jetzt kriegst du sie. Ja. Du, die... 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 Ming reißt die alle weg. Oh, viel Spaß da eh noch. So, also mit Ming solltest du nicht irgendwie durchlegen. Ja, ich würd zwar gerne ein bissel plündern, weil das meine Schuld natürlich wieder dementsprechend gut tut. Aber... Das tue ich ja für die sozusagen... Plünder für uns beide mit. Oh, 20 Prestige erhalten. Oh, 32 Prestige. Das ist immer gut. Oh, Magolai. Eingwinge. Vor allem, das was durch Oriath besetzt ist, das nimmt man gerade deine Rebellen rein. Ja. Ähm... Einen Nachteil hat's. Wenn es jetzt Ming so dreist da inzwischen schiebt, dann wird das übel. Ah, werden sie aber nicht tun. Na, die werden nicht. Aber vorher Ming hat einen direkten Anschluss. Ja. Ja, aber die wollen die... demoralisieren. Ja, das tun sie glaube ich schon das dritte Mal jetzt. 10, 14, 16. Bei Artillerie und... Wenn wir die Länder jetzt klar plündern, dann nimmt sie mich nicht. Das ist das geile am Krieg. Sobald du im Krieg bist, macht jeder alles. Ich muss auch mitblündern. Ich muss auch mitblündern. Lass mich blündern. Das droger wird, da muss das sein. Das ist ja blöd, dass wir angegriffen haben. Aber... Ja, das war wieder so eine Gelegenheit für Ming, die hat's nicht ausschlagen können. Ah, sie wollen einen Frieden mit mir. Nein, noch nicht. Warte noch ein bisschen. So lange mindestens bis die Kriegsteuer abgesetzt ist. Da oben geht noch was zu mir nicht mehr. Außerdem musst du warten, bis die Mongolei deine Ländereien befreit hat. Ich hab' ich selber befreit. Nein, nein, die machen da gerade noch eins. Ich hab' ich. Ach so. Wir haben nur die Mongolen damit gesehen. Aber wir werden am Frieden mit denen verhandeln. Ja, dann verhandeln mal. Vielleicht kriegst du ein paar Länder. Ich hab' keine bis jetzt. Ach so, aber vielleicht das Chemiebauländer. Was hast du denn bis jetzt? Ja, Setzen und Haranuri Ulla. Ja. Ja. Den Vertrag lassen wir gleich mal kündigen. Mit wem haben wir diesen Vertrag? Mit Kimurit. Ja. Oder du schickst sie halt in die Ding. Dass sie ihre ehemaligen Versalten wieder aufarbeiten müssen. Ja, sie haben keine. Ach so, sie haben keine mehr. Ja. Verhandeln. So genau. So genau. Die haben unter die Lampen gesetzt. Ja. Äh. Oh. Oh. Ich hab' genug Krieg für die Mongolei. Mir ist nicht gegangen. Ja, trotzdem kranker Scheiß. Ah, Ming hat von sich aus angegriffen. Ja, Ming hat von sich selber angegriffen. Du ausgezeichnetes Timing. Ganz viel Geld, ganz viel Schuldentilgen. Ui. Bist fertig mit deiner Schuldentilgerei? Ah, 13 hab' ich jetzt noch. Haha. Ah, Unruhen. Äh, Raubi Handlung. Jetzt muss ich nur noch die Autonomie runternehmen. Ich hab' da drüben geplündert, was gegangen ist. Ich hab' ja selber nur 150 Guld nach hinten drüben rausgeholt. Haha. Aber, damit wir sagen, mit dem Aufstieg belassen wir's dann mal bei der Folge. Ah. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis denne. Bis denne. Bis denne.